herzlich willkommen zu einer neuen folge auf meinem youtube kanal prepare and hope ja prepare and hope steht dafür sich vorzubereiten und auch eine gewisse resilienz zu schaffen um mit krisen umgehen zu können und ein wesentlicher bestandteil um mit krisen umgehen zu können ist krisen zu verstehen und zu verstehen was war und auch was kommen kann und ich habe heute wieder einen sehr interessanten gast den herrn peter haisenko aus münchen herzlich willkommen erst mal ja guten morgen beinander und wir haben beim letzten mal beschlossen dass wir in kürze wieder ein video machen und zwar genau zu diesem thema nämlich zu zyklen und wir wollen uns heute mal 500 jahres zyklen ansehen herr haisenko was genau meinen sie damit naja ich habe mir die geschichte mal angeschaut und sagen wir mal ein bisschen grob eingeteilt nicht streng wissenschaftlich sondern einfach wo man sagt da passiert etwas was auffällig ist und habe in diesem sinne die geschichte der letzten 2000 jahre mal in 500 jahres zyklen aufgeteilt und da haben wir von 0 bis 500 das römische reich und dann kommt eine phase von 500 bis 1000 die kann man eigentlich als dunkle phase bezeichnen weil darüber sehr sehr wenig bekannt ist und als nächstes kommt dann von 500 bis 1500 die phase der gotik was eine blüte zeit war und 1500 ist ein ganz harter bruch drin da sind ganz viele dinge in der welt passiert wir denken an kolumbus wir denken an den ewigen pfennig wir denken an diese ganzen dinge auch die technischen entwicklungen und dann haben wir eben das was wir moment erleben das geld zu gott geworden ist und alles sich auf gold auch die spanier sind ja nach südamerika gegangen um gold zu finden und jetzt sind wir am ende dieser 500 jahre angekommen und stellen fest dass das was in den speziellen in den letzten 100 jahren mit dem geld system und auch mit der ganzen welt gemacht worden ist nicht mehr funktioniert das heißt wir können ganz klar feststellen wir befinden uns mitten in einer richtigen echten zeitenwende wo sich das gesamte gefüge auf dem erdball neu sortiert ja da haben sie sicherlich recht ich würde nur gerne noch mal eins früher anfangen sie haben eben von dem ewigen pfennig gesprochen was genau ist das eigentlich ja das ist eine total interessante geschichte in der zeit der gotik da gab es die sogenannten praktheaten diese praktheaten waren halbseitig geschlagene münzen sehr schnell geschlagene münzen die in regelmäßigen abständen verrufen wurden verrufen heißt die wurden eingesammelt und neu geprägt und dann wurde anschließend zehn prozent weniger oder manchmal auch etwas mehr weniger wieder zurückgegeben das war der berühmte zehnt den wir in der schule schon gelernt haben wo wir alle gesagt haben um gottes willen das ist ja ungeheuerlich dass einem so viel abgezogen wird naja wir sind heute auf einem anderen stand heute wird noch mehr abgezogen ja genau das heißt also mit diesen praktheaten konnte geld nicht gehortet werden weil es ja immer wieder entwertet wurde oder im wert gemindert wurde durch diese verrufung und da kam dann der herr fugger der ältere jakob fugger der ältere der später der reiche genannt wurde und der hat den kaiser maximilian überredet diese praktheaten system abzuschaffen und durch einen ewigen pfennig zu ersetzen also ein geldstück das nicht mehr verrufen wird und das führte dann dazu dass man plötzlich geld horten konnte und das führte speziell in augsburg zu einer irrsinnigen wirtschaftskrise so werden wir es praktisch jetzt auch erleben die weiteren folgen waren dramatisch es war der ablasshandel weil die kirche auch plötzlich dieses geld horten konnte es war der dreißigjährige krieg entschuldigung vorher kam natürlich noch die reformation wegen des ablasshandels etc und jetzt schauen wir in die gegenwart da erleben wir wieder einen ablasshandel nämlich mit co2 also ich darf in ein flugzeug steigen und kann dann mir ablass kaufen für meine luftreise indem ich irgendwelche co2 zertifikate bezahle was natürlich letztlich völlig unsinnig ist aber es gibt dann den menschen das gute gefühl ich habe ja meinen ablass gezahlt und darf jetzt fliegen also wir sehen hier schon eine parallele zu der zeit des 16 jahrhunderts auf heute allein in dieser hinsicht sie haben ja gesagt sie haben die letzten 2000 jahre mal in diese 500 jahres zyklen unterteilt welchen vorteil bietet das denn wenn man sich eben solche zyklen ansieht weil wir müssen ja im grunde immer überlegen was bringt es uns heute wenn wir uns die vergangenheit ansehen was können wir daraus lernen naja ich würde sagen lernen können wir einmal dass es wahrscheinlich solche zyklen gibt und was wir daraus schöpfen können ist hoffnung schlicht und einfach hoffnung dass wir feststellen dürfen wir sind am ende des nächsten 500 jahres zyklus und jetzt kommt eine neue zeit auf uns zu und wenn ich diese 500 jahres zyklen nehme dann muss es eine gute zeit werden stimmt im grunde war es ja immer so nach einer großen krise kam eine blüte zeit dass wir jetzt von einer großen krise stehen glaube ich kann man sehen sie haben ich lese gerade ihr buch die humane marktwirtschaft und da haben sie auch postuliert oder die these vertreten dass es den staaten überhaupt nicht mehr möglich ist ihre schulden überhaupt noch mal zu tilgen sondern dass es sozusagen eine globale insolvenz geben müsste um von den schulden wegzukommen naja die hätte es schon vor mehr als zehn jahren geben müssen diese insolvenz weil da war es schon klar ich meine schauen sie mal die usa sind jetzt auf 33.000 milliarden schulden angekommen das ist eine zahl die kann man ja gar nicht mehr greifen das ist ja so so wahnsinnig naja man kann sie ein bisschen verständlich machen wenn man feststellt 33.000 geteilt durch wie viel sind wir jetzt acht milliarden dann heißt das dass die usa eigentlich jedem bürger auf der erde 4000 dollar schulden und jetzt überlegen sie sich mal was ein mensch in bangladesh mit 4000 dollar machen kann er kann ein ganzes leben von leben wahrscheinlich mit so ungefähr aber das ist praktisch dass man diese größenordnung dieser schulden sieht und mit einer normalen inflation einer wunschinflation von zwei prozent wird man dem niemals her das ist unsinnig also mal abgesehen von den öl produzierenden ländern oder so oder luxemburg oder diese kleinen dinge die da ausgenommen sind kein einziger staat des westens ist jemals in der lage seine schulden zu tilgen jetzt ist es doch aber so herr heisenko dass diese dieses schlecht oder gar nicht funktionierende system ist ja jetzt nicht erst seit gestern das heißt eigentlich hätte man ja schon vor hunderten von jahren im grunde seit der ewige pfennig eingeführt wurde erkennen müssen dass dieses system nur einigen wenigen nutzt die werden immer reicher und viele andere nämlich der große rest wird immer ärmer aber es hat sich aber ja nichts geändert es gab währungsreformen es gab mal wieder eine bindung der währung an den dollar dann wurde sie mal wieder aufgehoben aber am ende des tages gab es doch kein bestreben besseres system zu machen selbstverständlich nicht weil es ja genügend leute gibt die von diesem system brutal profitieren aber ihre betrachtung ist zu kurz gegriffen weil man muss wirklich die entwicklung des finanzsystems der letzten 500 jahre betrachten und da kommen wir irgendwo so um 1800 rum an eine stelle wo die erfindung des papiergelds da war in frankreich war das zwar übrigens ein schotte der das in frankreich eingeführt hat das funktionierte erst ganz toll allerdings haben die franzosen die herren des geldes sehr schnell erkannt dass man papiergeld einfach drucken kann und das haben die dann auch getan und daraufhin hatten wir die erste hyperinflation und das papiergeld ist praktisch wieder verschwunden und dann hat zum beispiel zum ende des 19 jahrhunderts 1871 das deutsche reich mit der goldmark die haben 40 jahre ohne inflation gewirtschaftet und haben ohne inflation ein wirtschaftswachstum von 400 prozent in dieser zeit hergestellt weltmeister in dieser hinsicht die haben aber auch nach den prinzipien von friedrich list gearbeitet und nicht nach diesen britischen ökonomen und das war ja alle die ganzen langen es ist übrigens auch so dass china und die asiatischen tiger staaten die arbeiten auch nach den prinzipien von friedrich list und deswegen sind die so groß rausgekommen also es ist nicht so dass man da nicht schon bessere ideen gehabt der friedrich list übrigens um das noch mal zu präzisieren war ein deutscher ingenieur und denker der in usa eine eisenbahnlinie aufgebaut hat und dann wieder zurückgekommen ist nach deutschland und dann eben hier mit seinem wirtschaftssystem sein finanzsystem reagieren konnte und eben mitgeholfen hat das herzustellen was das deutsche reich in dieser blüte zeit damals geschafft hat es ist ja auch wissen sie wenn wir schon über finanz reden das ist das angelsächsische system ist eben ganz anders aufgebaut das ist aufgebaut auf das schuldgeld auf diese ganzen dinge die eine inflation unumgänglich machen aber inflation ist nichts natürliches und was man immer im kopf behalten muss alle regeln vorschriften gesetze für geld sind vom menschen willkürlich hergestellt die natur kennt kein geld das heißt also wenn man regeln für den umgang mit geld verändert dann kann man niemals gegen ein naturgesetz verstoßen es ist unmöglich ja also wir haben ja im grunde momentan sozusagen eine ganz unnatürliche situation weil unsere also zumindest so wie ich es verstehe funktioniert unser system ja mit konsum und zwar mit einem konsum der deutlich über den bedarf hinausgeht nehmen ein einfaches beispiel jetzt ist wieder ein neues iphone rausgekommen also wird über die werbung propagiert ihr müsst alle neues iphone kaufen obwohl das alte telefon wahrscheinlich noch fünf jahre funktionieren würde jeder hat zwei bis drei autos zu hause jeder hat deutlich mehr kleidung im schrank also überhaupt nur braucht aber diesen konsum braucht es halt damit eben gewinne erwirtschaftet werden und wenn man jetzt mal in frühjahr guckt da wollten die leute überleben das heißt wenn es ihnen warm war wenn sie brennstoff hatten wenn sie nahrung hatten waren sie fertig dann hörte der konsum automatisch auf und er wurde über diese natürlichen bedürfnisse reguliert bin ich da soweit richtig im prinzip ja im prinzip ja wobei man natürlich da schon unterscheiden muss zwischen der herrscherklasse und dem einfachen volk also die herrscherklasse hat schon immer ihren überfluss gehabt ich meine da brauchen wir ja nur diese wunderbaren schlösser anschauen mit ihrem gold und was nicht alles drin ist wobei wenn man sich diese sachen anschaut dann muss man sich auch fragen wie haben die das damals gemacht sie hatten keinen motor etc das zeug wurde von hand mit pferden und ochsen und sonst wie herangekackt und zusammengebaut alles mit manpower mit reiner menschenkraft und wenn wir heute gucken wir kriegen ja nicht mal mehr flughafen zustande obwohl wir alles haben was man eigentlich bräuchte es ist also ich finde es vor allen dingen so klasse wenn ich also ich feiere viel durch die gegend und wenn ich dann so an baustellen vorbeikomme stehen da fünf leute und einer arbeitet mit dem bagger also eine schippe in die hand zu nehmen zum beispiel ist ja heute auch in deutschland kaum noch üblich und ja wir leben schon in merkwürdigen zeiten die frage ist einfach wie weit sind wir denn schon am ende unseres 500 jährigen zyklus also ich attestiere mal wir haben eine wirtschaftskrise die rasant weitergeht wir haben eine wahnsinnige staatsverschuldung wir kriegen zum januar eine gigantische preissteigerung wir leben in einer kriegsgefahr ja was braucht es denn eigentlich noch für eine zeitenwende auf der anderen seite sehe ich dass die meisten menschen immer noch die tagesschau anschauen oder die zeitung lesen und nichts tun also es ist so so ganz merkwürdig obwohl sozusagen wir das dünne eis auf dem wir sind schon bricht fahren war alle weiter schlittschuh also es ist so ich verstehe es manchmal gar nicht naja solange die dinge noch funktionieren also solange ich meine wer ein durchschnittliches bis gutes einkommen hat merkte moment in seiner lebensführung eigentlich nichts wir sehen es ja die flugzeuge in urlaub sind voll alles läuft alles funktioniert und das ist ja eigene diese ganz wesentlichen punkte im prinzip kann man ja sagen dass die weltwirtschaft als solche funktioniert weil sie versorgt uns ja und sogar im überfluss allerdings ist eben das system als solches absolut marode was man eben sieht an diesen schulden bergen die überall sind und wenn wir jetzt unsere eigene regierung anschauen die arbeiten doch als gäbe es kein morgen da wird mal eben ein besondervermögen von 100 milliarden für die bundeswehr gestellt dann kommen noch woanders irgendwo 100 milliarden her alles auf schulden alles auf punkt ich glaube nicht dass die selber glauben dass sie diese schulden jemals zurückzahlen können das heißt ich gehe eigentlich davon aus dass in diesen regierungen schon ganz klar darauf hingearbeitet wird dass der zusammenbruch kommt weil mit dem zusammenbruch werden auch diese schulden annulliert wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel aber zumindest stark relativiert ja es gab doch dann immer wenn es einen zusammenbruch gab auch eine währungsreform und dann waren 1000 euro dann nur noch ein euro wenn man es mal so überspitzt formulieren will naja das war die reichsmark da die wurde im faktor 1 zu 10 geteilt aber also das sind dann sachen nur dass der punkt ist ja man hat ja damals 1944 diese konferenz von bretten wutz gehabt wo eben das system festgelegt wurde dass wir heute haben aber nicht mehr ganz haben weil die grundlage war vor allem system von bretten wutz dass der dollar eine goldbindung hatte das heißt eine unze gold waren damals 35 dollar und das hielt bis 1971 und dann hat wegen des vietnam kriegs und dem ganzen zeug und dem amerikanischen schon damals ausnahm des defizit der nixen diese goldbindung einfach abgeschafft und damit war eigentlich die grundlage für das system das wir heute noch benutzen schon weg und man hat dann einfach weitergemacht aber dieses abkuppeln von dem gold hat den usa die möglichkeit eröffnet dollar zu drucken wann immer sie wollen und das sind die 33.000 milliarden dollar die der amerikanische staat heute schulden hat und diese schulden beruhen natürlich auch darauf dass die amerikaner seit mitte der 60er jahre praktisch im seit dem vietnam krieg ein andauerndes außenhandels defizit haben das heißt sie konsumieren im land mehr als im eigenen land hergestellt wird und das kann auf dauer nicht gut gehen das sprechen sie auch in ihrem buch ganz explizit an dass eben wesentlich für eine funktionierende wirtschaft so habe ich zumindest verstanden ist eine produktivität der bevölkerung ja ja da haben wir so faktoren wie viel prozent der bevölkerung arbeiten produktiv und wie viel prozent praktisch im dienstleistungsbewerbe oder schlimmer noch in der bürokratie und eine gesunde volkswirtschaft muss in der heutigen zeit mindestens um die 25 prozent produktive tätigkeiten haben damit sie funktionieren kann griechenland zum beispiel liegt da etwa bei elf prozent england liegt bei elf prozent die usa auch und da sieht man schon warum die nicht funktionieren in deutschland sind wir noch bei diesen 24 komma irgendwas und deswegen funktioniert es bei uns auch noch einigermaßen allerdings rapide abnehmend wenn man sich den niedergang der wirtschaft und die deindustrialisierung ansieht gerade letzte tage war eine schlagzeile in den nachrichten dass das letzte stahlwerk in düsseldorf zugemacht hat 1500 leute arbeitslos und ja bei den energiekosten ist einfach klar dass deutsche industrie momentan zumindest nicht wettbewerbsfähig ist und der die automobilindustrie stehen ja auch massive kürzungen bevor weil seit sie sich auf das auf den wettbewerb mit der e-mobilität eingelassen haben sind sie eigentlich auf der verlierer seite und das muss im grunde ja jedem klar sein aber ja ja was ja das ist ein zirkulus viziosus das muss man klar sehen wir hatten in diesem jahr nachdem wir ja jahrelang jahrzehntelang export weltmeister war in diesem jahr das erste mal eine zeit mit einer negativen außenhandelsbilanz das muss man sich klar machen das heißt da sind schon mal 250 milliarden am produktiv vermögen verloren gegangen ganz unauffällig im moment sind wir praktisch bei einer ausgeglichenen handelsbilanz was einigermaßen vernünftig wäre wenn die rahmenbedingungen stimmen aber das problem ist wenn wir nicht mehr genügend exportieren können wir auch nicht mehr genügend energie importieren und wir müssen die importieren weil wir sie haben nicht das hat das ist ja einer der großen fehler der letzten jahre dass man einfach sich komplett in abhängigkeit begeben hat und das ging so lange gut wie das gas aus brussland günstig war aber jetzt die teuren energie importe die brechen uns natürlich den hals oder jetzt sieht man ja auch russland und saudi arabien haben die ölproduktion reduziert dadurch steigen die preise weil es auf dem markt knapp wird die leidtragenden sind wieder mal wir die wir kein eigenes öl produzieren und ja es ist momentan wirklich eine schwierige zeit herr heisenke worauf müssen sich denn unsere zuschauer die nächsten monate einstellen ach das ist schwer zu sagen also ich meine womit man rechnen muss ist eine phase des chaos das ist eine klare sache weil wenn da einiges zusammenbricht und fabriken still liegen oder sonst was dann können die leute nicht mehr bezahlt werden und 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 es wird also eine phase des chaos geben davon gehe ich ziemlich fix aus aber ich würde gern noch mal bei diesen fünf 100 jahres zyklen gerne anderes thema eingehen auf die nullpunktsetzung auf die frage wo warum und wie setzt man referenzpunkte an denen man sich dann für die betrachtungen über die zeit orientiert also es wird ja zur zeit immer gesagt oh die erde wird zu warm und alles na wir sind jetzt bei 1,4 grad oder irgend sowas ja die frage muss lauten gegenüber welchem zeitpunkt ist das denn gesetzt und das was man hier macht ist dass man den nullpunkt an einer stelle gesetzt hat wo eigentlich eine kaltzeit war wenn wir also die geschichte anschauen dann war es immer so dass es den menschen in warmzeiten gut ging wir nehmen das römische klima optimum das heißt immer noch so ich werde ich werde das nachher wenn ich das video schneide einblenden ich habe die grafiken dazu weil das ist wahnsinnig interessant das dann auch im bild zu sehen ausgezeichnet ausgezeichnet also dieses römische klima optimum das ist etwa so 200 nach christus kann man das so setzen das ist auch keine keine scharfe spitze sondern das ist eine schöne kurve und dann hört das auf und dieses römische klima optimum war zwei bis drei grad wärmer als das was wir jetzt in europa erleben dann kommt diese dunkle zeit die 500 bis 1000 die eiszeit im grunde ja und da war es auch kalt und dann kommt die zeit der gotik und in der zeit der gotik also etwa um 1200 rum war wieder eine warm periode da war es wieder zwei bis drei grad wärmer als heute und um 1500 ist man auf die nächste kaltzeit zugelaufen und das war dann diese großen veränderungen die da gekommen sind also immer wenn sich die das klima geändert hat dann hat sich auch das leben der menschen verändert speziell in europa und mittelmeerraum das ist also ganz typisch und da kann man auch noch weiter zurückgehen bis zu den wie heißen sie da assyran und wie sie nicht alle heißen im nahen und mittleren osten dort hat man dieselbe beobachtung selbst für die pharaonen hat man die beobachtung dass warmzeiten immer gute zeiten waren und jetzt sind wir wieder am ende einer kalbzeit angekommen und das sollte den menschen hoffnung geben nämlich dass mit der kommenden warmen periode wenn sie denn hoffentlich kommt also das ist ja auch nicht sicher weil die sonne hat da immer auch was zu sagen wir mit unserem lächerlichen co2 haben wir überhaupt nichts mit zu sagen aber der punkt ist wenn wir jetzt also auch noch auf eine warmen periode zu laufen dann können wir alle beste hoffnung sein dass wir eine wirklich gute zeit hinein laufen ja das bleibt wirklich nur zu hoffen ich mein fakt ist und das kann man belegen und beweisen immer wenn es eine krise gab ging es danach wieder mit einer blüte zeit weiter und die frage ist eigentlich wenn man sich so die kurve betrachtet wie tief unten sind wir schon wann kommt sozusagen die sättigung und wann geht es halt wieder hoch und das werden wir halt erst in paar jahren wissen wo wir da standen aber ich sag mal aus also meine wahrnehmung ist zumindest mal dass sich die krisen gerade extremst beschleunigen und dass wir sicherlich im winter eine ganz spannende zeit erleben werden weil ich glaube der winter wird die zeit gerade auch wenn es kalt wird oder energiemangel so für alle fühlbar wird wo auch das thema arbeitslosigkeit massivst ein problem werden wird und wo eben viele menschen nahrung und energie auch nicht mehr bezahlen können spätestens im januar und ich denke dann kommt kommen die krisen bei uns allen an und dann wird es spannend was dann passiert ne ja und da ist eben mein grundprinzip dass man also dieses system wird zusammenbrechen das wird zwar schon seit langer zeit gesagt es wäre eigentlich 2008 fällig gewesen mit der lehmann krise damals aber da hat man halt einfach wieder schulden reingehauen man hat geld aus dem nichts hergestellt um das bankensystem zu retten und alles und ich sage spätestens seit dieser zeit ist unser finanzsystem im wachkoma nichts anderes mehr ist es und es ist praktisch am tropf von andauernd neuen krediten das heißt also eigentlich funktioniert das gesamte finanzsystem schon seit langem nicht mehr weil es werden immer neue regeln hergestellt damit man dann noch mehr geld rein pumpen kann und so weiter und es ist so lächerlich wenn man sich das betrachtet wie da eben 2008 oder mit briechenland da werden mal eben 350 milliarden aus dem hut gezaubert und dann wird darüber gesprochen dass wir ein paar hundert millionen irgendwo nach afrika oder sonst wohin schicken um dort irgendwas gutes zu tun das ist doch nur ein witz wenn wir hunderte milliarden für banken ausgeben aber wenn es darum geht menschen ein besseres leben zu ermöglichen dann reden wir über millionen ja das ist schon ziemlich traurig und ja man versteht es manchmal auch gar nicht eigentlich liegt der schluss nahe da will man gar nicht wirklich helfen sonst würde man ja da genauso viel geld drucken um es hinschicken zu können also für mich zumindest bleibt da kein anderer schluss mehr möglich als dass das eben nur so theaterveranstaltungen sind aber nichts ernst gemeint ist da bin ich wieder bei dem ding dass eben geld zu gott gemacht worden ist und den leuten also so wie gott etwas unbegreifliches ist ist für die meisten menschen das geld als solches auch etwas unbegreiflich ist es ist halt da irgendwie aber tatsächlich ist es ja so dass dieses geld mit dem wir arbeiten leben unsere sachen kaufen das kann von einem moment zum anderen komplett annulliert werden das kann einfach gesagt werden tut mir leid das ist nichts mehr ich meine in den 20er jahren des letzten jahrhunderts haben wir ja so etwas ähnliches erlebt diese hyperinflation wo die leute dann gelernt haben wie viel 20 30 40 milliarden sind die man für ein stück brot zahlen muss die konnten dann mit so großen zahlen besser umgehen als wir heute aber das ist das ist kaputt war das nicht auch henry fort der gesagt hat wenn die menschen das geldsystem verstehen würden dann würden sie noch heute auf die barrikaden gehen oder so ähnlich ja es wird ihm zugeschrieben ich vermute hat das wirklich gesagt es war ja sogar ich glaube der herr gauck der ex bundespräsident der hat sowas ähnliches mal vor einer industrie veranstaltung gesagt weil es tatsächlich so ist das ist ja der witz also ich meine man muss sich das überlegen da wird einfach geld genommen und irgendwo reingeschmissen und es funktioniert irgendwie aber das kann nicht um dieses wunderbare wort zu verwenden es kann nicht nachhaltig sein also hier hier sind eigentlich schon mit diesen riesigen kreditmengen sind schon die regeln für den umgang mit geld außer kraft gesetzt andere frage herr heisenko sie haben in ihrem buch wir werden im übrigen noch ein extra video zu diesem buch machen weil es einfach die dinge so einfach erklärt und ich das so wichtig finde aber wenn wir uns das jetzt nur mal ganz kurz betrachten wie sieht das denn eigentlich aus mit den pensionsverpflichtungen und mit den renten der leute die jetzt in rente oder in pension gehen unser staat ist ja hoch verschuldet und die an der anteil der produktiven bevölkerung der nimmt stärker ab wie sollen diese verpflichtungen denn dann noch ja geleistet werden da müssen wir unterscheiden die beamten werden aus dem staatshaushalt bezahlt die rentner aus der rentenkasse und das deutsche rentensystem ist ein geniales system dass ich übrigens zur grundlage meiner überlegungen für meine humane marktwirtschaft gemacht habe es ist ein umlagesystem das heißt der es ist kein kapitalbildendes system das ist total wichtig das heißt was rein kommt wird sofort wieder rausgegeben aber es kommt doch immer weniger rein herr heisenko wenn ich da kurz das ist richtig aber betrachten wir das neun das 20 jahrhundert dann haben wir zwei weltkriege und beide weltkriege hat das deutsche rentensystem überlebt es war dann auch nach dem zweiten weltkrieg speziell so dass natürlich die renten erst mal klein waren aber sie waren da und das ist der witz dran wenn aber jetzt der staat in die insolvenz geht dann kann er seine beamtenpensionen nicht mehr bezahlen das ist das das ist der witz obwohl ja also auch dieses beamtenpensionssystem auch ein umlagesystem ist weil praktisch die steuern reinkommen und sofort wieder an die beamten für die pensionen ausgereicht wird nur das ding ist dass der staat dann auch einnahmen haben muss und damit er die hat brauchen wir eine wirtschaft die funktioniert sonst kann der staat keine einnahmen haben das geht nicht und das bedeutet ja da sind wir ja gerade auf dem weg hin die wirtschaft in deutschland geht kaputt der staat hat keine einnahmen mehr ja was ist mit den ganzen staatsbediensteten ja das ist ein riesen problem es ist ein riesen problem und man darf diese ausgaben für diese pensionen überhaupt nicht unterschätzen das ist ein riesen betrag ich habe nicht behalten aber der ist gigantisch groß und der wächst ja auch immer weiter weil der beamtenapparat immer größer wird naja sagen wir mal so diese mit diesen kurvid geschichten ich sag das mal ganz pauschal hat sich ja schon was geändert in der altersstruktur es ist also so wissen sie die wahrheit findet man meistens nur in sekundär oder tertiär meldungen also nicht in der großen melde oben es war vor zwei drei monaten da hat die rentenkasse gemeldet dass sie plötzlich einen überschuss von vier milliarden euro haben und das liegt daran dass so viele ältere rentner weggestorben sind okay haben ja diese übersterblichkeit in deutschland seit 21 seit diese spritze verabreicht werden also das ist jetzt eine entlastung für das rentensystem es wird übrigens auch eine entlastung für den wohnungsmarkt sein etc wir stellen im moment einen rapiden verfall der immobilienpreise fest das hat aber eher mit dem heizungsgesetz zu tun und mit den mit dem wertverlust der immobilien dadurch dass wenn man sie verkaufen will ja dann gigantische heizungsumbau maßnahmen erforderlich sind das glaube ich ist im moment noch nicht so wesentlich wesentlicher ist dass der leitzins von null auf vier und mehr gestiegen ist das heißt diese irrsinnigen summen die bislang für wohnungen und immobilien gezahlt worden sind die sind ja alle mit null zins ein prozent oder irgendwas finanziert worden und wenn die jetzt hochlaufen auf eben über vier oder so dann bricht die ganze finanzplanung von millionen zusammen von novia hat jetzt den bau von 60.000 wohnungen eingestellt weil es ist nicht mal vorstellen was das für eine zahl ist ja ja das hängt alles zusammen das ist alles das das geht alles den bach runter also es ist nee nee wir sind an einem wir sind an einem endpunkt angekommen und man sagt ja auch dass solche finanzsysteme wie das was wir jetzt haben spätestens nach 70 jahren den bach runter gehen dass sie nicht mehr funktionieren weil sie sich selbst durch inflation und aufbläge und alles einfach kaputt gemacht haben und jetzt ist dann halt der zeitpunkt wo man darüber nachdenken sollte ob wir bei einem neustart mit dem alten system wieder anfangen wollen oder ob es vielleicht was besseres gibt was nicht nach 70 jahren kaputt sein muss und das ist eigentlich die motivation warum ich diese humane marktwirtschaft mehr ausgedacht habe und ich möchte ja noch mal das stichwort nachhaltigkeit mit reinbringen und sie haben ja so schön in ihrem buch auch geschrieben eine planbare zukunft und und ich würde sogar noch weitergehen und zu sagen eine zukunft haben denn mit dem alten system ist ja im grunde keine zukunft zu erzielen sondern das system wie sie eben auch schon gesagt haben nach 70 jahren rund hat es sich immer überlebt und muss im grunde resettet werden und dann geht es wieder von vorne los mit leider ganz viel elend und ganz viel schmerz für die betroffenen das mit dem ele und dem schmerz ist eigentlich unnötig weil man könnte wenn man wollte einfach umsteigen auf ein anderes system und dann zum beispiel erworbene renten ansprüche auch pensionsansprüche in das neue system übernehmen sondern notwendig weil wenn die rentner und der pensionen nicht mehr bezahlt werden dann kann die wirtschaft auch nicht mehr funktionieren ich meine gleichzeitig müssen wir auch sagen nachhaltigkeit tolles wort es ist es wird immer gesagt von diesen großartigen wirtschaftsfachleuten eine deflation ist ganz ganz schlimm weil dann funktioniert das alles nicht mehr das ist grundfalsch das gegenteil ist die wahrheit wenn wir eine inflationsfreie währung haben und sich dann produktions bedingungen verbessern dann können die waren billiger werden und genau das wird dazu führen dass wir eine nachhaltigere wirtschaft haben werden weil die menschen dann eben sagen moment brauche ich das jetzt überhaupt schon wo sie heute sagen ich brauche das zwar noch nicht ich kaufe es aber schon weil es wird teurer werden und andersrum muss es sein dass die menschen sagen ich brauche es jetzt noch nicht wirklich irgendwann werde ich es brauchen aber vielleicht wird es ja noch billiger deswegen warte ich ab bis ich es wirklich brauche bis ich mir auch genügend geld angespart habe das zu kaufen damit ich keine kredite bedienen muss und diese ganzen dinge das heißt also eine deflationäre wirtschaft ist positiv für die nachhaltigkeit für die umwelt für alles für den ressourcenverbrauch ist es eben genauso und dieser wahnsinn des ewigen wachstums also die erde wächst ja nicht ne es geht nicht der ewige wachstum das geht nur im geldbereich weil wie ich schon sagte geld keinerlei naturgesetzen unterworfen ist wäre es naturgesetzen unterworfen könnte es nicht dieses wachstum durchmachen man muss ja leider noch dazu sagen die gesetze werden ja auch immer so geändert dass es überhaupt weiter funktioniert und leider aber eben zum nachteil der großen bevölkerungsschichten ja also ich sehe wir kommen laufen auf spannende zeiten zu und wir werden das alle noch live erleben und ich bin total gespannt wie das jetzt die nächsten monate weitergeht weil ich glaube jahre wird es nicht mehr dauern und da dürfen wir mal gespannt sein wie unsere prognosen dann am ende des tages sich erfüllen oder auch nicht erfüllen und ja ich hoffe dass auch wie soll man sagen verantwortliche sich so ein video wie dieses hier ansehen denn dann würden sie auch verstehen dass sie auch selber ein interesse daran haben müssen dass hier die dinge weiterhin funktionieren weil nur dann das gesamte system weiter funktionieren kann so habe ich zumindest verstanden naja ich denke da muss man zwei faktoren ein berechnen erstes mal ist es möglich ich sage es ist möglich dass die die uns hier steuern so blöde sind dass die das überhaupt nicht verstehen worum es geht ich sage es ist möglich wir wissen es nicht ja und auf der anderen seite ist es auch möglich dass die so arrogant sind dass sie sagen ja ich bin doch bestens eingesäumt mir kann doch nichts passieren ich kriege mein geld vom staat und also sie verstehen was ich meine dasselbe was man jetzt mit der ukraine und so weiter macht wo die da sitzen und sagen ja das geht mich doch gar nichts an ich werde da nicht in den krieg gehen und denken eben nicht dran dass der krieg vielleicht zu ihnen kommen könnte wenn es etwas schlimmer wird das gleiche gilt für eben so eine finanzgeschichte wenn die zusammenbricht dann könnte es auch zu ihnen zurückkommen das da muss ich noch kurz was zu sagen und zwar hat die nato ein großmanöver für januar februar geplant in dem genau dieses szenario dass sich der krieg nach europa ausweitet nämlich durchgespielt wird also ich sage mal für die nato scheint das schon in die nähe der realität gekommen zu sein sonst würden sie ja nicht so eine übung machen ja also ich meine letztlich muss man davon ausgehen dass alle diese menschen die so locker über krieg und sonst was reden die müssen irgendwo im bereich des der psychopathen sich aufhalten weil ich meine krieg ist wahnsinn krieg ist zerstörung krieg ist nein aber aber krieg ist auch ein zeiten beschleuniger also in zeiten des krieges laufen die dinge schneller ab und das ist auch genau das was wir jetzt erleben diese brix staaten die sich zusammen tun die ganze änderung der großen welt struktur die ist schon durch diesen ukraine krieg eindeutig beschleunigt worden und wir rasen darauf zu die frage ist an dieser stelle einfach nur wie können wir dann die zeit des chaos überleben das können wir natürlich einmal mit persönlicher vorsorge und auf der anderen seite wird es ohne zwangsmaßnahmen nicht abgehen zwangsmaßnahmen meine ich dass man eben einfach ab einem bestimmten punkt den hauptaugenmerk nur noch darauf legen muss die bevölkerung zu ernähren mehr nicht da ist aber das problem dass der staat das ja nicht kann also ich habe da zwei studien zu dass einmal von von dem bundestag die thb studie die sagt ganz klar sie können die bevölkerung nicht ernähren wenn ihr alles zusammenbricht und im grünbuch stand auch drin 2015 und deswegen sage ich ja und das ist ja meine arbeit eben die menschen aufzuklären auch mit solchen videos hier was auf uns zukommt und dass sie die eigenverantwortung wieder in die hand nehmen müssen sich nämlich auf der einen seite mit mit nahrungsmitteln und allem was man braucht einzudecken aber eben auch diese krisen bewältigung zu erlernen weil da sehe ich momentan riesige defizite viele haben ja den keller voll aber ich sag mal wenn es draußen wenn jetzt sage ich mal ganz blöde wenn kugeln durch die gegend fliegen ist die panik so groß dass keine handlungsfähigkeit mehr da ist und das ist ja auch der grund wir haben jetzt einen verein gegründet vor zwei wochen die zert europe association um einfach die bevölkerung in dieser krisenbewältigung auszubilden weil da gibt es in deutschland nichts und das ist mein ansinnen mit unserem verein dass wir eben ja die leute in den lokalen in den in den orten zusammenbringen um eben dann in so einer krise auch nicht alleine zu sein weil ich glaube gemeinschaft wird ein ganz wichtiger aspekt um diese krisen zu überstehen ob das jetzt ein hochwasser ist ob das ein erdbeben ist ob das ein stromausfall ist der zur versorgungskrise führt wenn ich zu 20 leuten bin habe ich größere überlebensaussichten als wenn ich alleine bin oder das absolut richtig allerdings müssen wir an dieser stelle natürlich auch noch mal betrachten dass wir selbst wenn wir sagen okay vor um 1900 hat es ja auch funktioniert mit ganz wenig das können wir nicht mehr schauen sie mal einfach an wenn sie kartoffeln kaufen sie legen diese kartoffeln zwei wochen in den kühlschrank dann werden die gammelig und vor allem die fangen an auszutreiben ja wie ich ein kind war da hat kam bei uns im herbst der bauer vorbei der hat dann ein paar säcke kartoffeln in unseren kartoffelkeller geschmissen und die haben dann gehalten bis über das nächste frühjahr hinaus das können die heutigen kartoffelsorten nicht mehr das sind diese dinge wo sich so viel verändert hat auch wir sind daran gewöhnt dass wir im frühjahr noch knackige äpfel da haben die dann teilweise auch noch aus argentinien oder sonst woher kommen nackter wahnsinn aber die sind deswegen so weil sie ganz gekonnt gelagert werden dasselbe gilt für alle anderen sachen die wir so industriell wird das ja heute alles gemacht mit kühlhäusern wo dann auch gase eingespeist werden damit ein reifungsprozess stattfindet aber da haben sie natürlich einen ganz wichtigen punkt punkt angesprochen wir haben heute leider generationen denen fehlt schon dieses ganze wissen also ich selber wir haben auch noch früher kartoffeln im keller gehabt meine mutter und daher weiß ich das alles noch aber genau deshalb ist es aus meiner sicht ebenso wichtig dass man eben die leute darauf aufmerksam macht ja was machst du denn wenn der wenn der aldi zu hat oder wenn der edeka zu hat wo kriegst du denn noch was her oder was kannst du denn nehmen was trotzdem haltbar ist und vor allen dingen wie kannst du dich auch wenn dann zum beispiel in der stadt alles drunter und drüber geht noch richtig verhalten dass du möglicherweise da nicht unter die räder kommst und ich finde oder wir haben ich bin ja nicht alleine mit meinem verein sondern wir sind ja eine gruppe von mehreren leuten die sich das ausgedacht haben das kommt ja ursprünglich aus amerika und wir haben halt gesagt es gibt hier in deutschland keine institution die sich auch die den ernst der lage so sieht also wir haben ja mit rotem kreuz thw und wie sie alle heißen so diese standard organisationen die halt da ist mein hochwasser im münsterland war mal der winter einbruch da gehen die mit um aber unruhen oder oder eben panik von menschen die eben nichts mehr zu essen haben in der stadt das sind themen die werden nicht behandelt oder nehmen wir im letzten herbst das thema des blackouts da wurde der blackout dann endlich in den medien thematisiert aber immer so dass man sagte naja wir haben das im griff wir sind vorbereitet aber eben nicht ehrlich und da finde ich da grätschen wir jetzt gerade mit unseren angeboten rein und ja und ich hoffe halt dass wir noch viele menschen erreichen bevor es eben zu spät ist und dann die sachen wirklich passieren die wir alle befürchten ja das ist sicher eine ganz tolle initiative gefällt mir gut allerdings muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen wenn man vorratshaltung betreibt dann bedarf das auch einer andauernden aufmerksamkeit ja natürlich das fängt darauf damit an dass wenn man irgendwo im schrank zehn packungen von irgendwas hat dass man dann die tatsächlich die neue packung die man dazu kauft ganz hinten einsortiert diese dinge da muss man aufpassen dass nicht lebensmittel kaputt gehen weil sie falsch gelagert werden ja das ist ein lernprozess gab natürlich das können die leute nicht mehr ja dafür sind wir ja da aber herr senko sie haben noch einen anderen wichtigen punkt damit angesprochen den ich noch viel wichtiger finde und zwar ihre generation und meine generation wir haben halt zumindest ich über meine oma und opa diese realitäten wie krieg sozusagen aus erster hand erfahren wir haben aber heute viele menschen und wir haben ja eben über zyklen gesprochen und wenn man einen zyklus nimmt der jetzt meinetwegen von 1950 anfängt dann haben diese menschen nie eine richtig große krise erlebt mit versorgungsausfall und die haben natürlich gar keine kompetenzen und vor allen dingen auch nicht das meint set damit umzugehen und das ist aus meiner sicht eben der punkt dass man eben auch sich eben große zyklen ansehen muss um einfach zu akzeptieren dass zum beispiel neuer krieg durchaus realistisch ist weil eben immer gab es kriege irgendwann und warum soll das jetzt auf einmal aufhören oder es gab auch nehmen wir die arme mit dem hochwasser es gab auch immer alle 100 jahre an der arme hochwasser wenn ich aber leider es 50 jahre alt bin wusste ich das nicht und die leute die mir dann grundstück im hochwassergebiet verkauft haben die hatten kein interesse daran mir das zu sagen und deswegen ist das mindset halt schon so begrenzt und da muss dran gearbeitet werden dass man einfach auch die akzeptanz dafür entwickelt dass wir eben in einer unsicheren welt leben und dass krisen zum leben dazugehören ja ich meine eine welt wäre schön wo man eben keine krisen mehr braucht natürlich das ist auch eines der ziele warum ich diese humane marktwirtschaft mir ausgedacht habe weil ich der überzeugung bin dass mit diesem system ein krisenfreies leben möglich ist und es ist ja immer so worum gehen kriege denn ich würde mal sagen wirtschaft und geld wirtschaft und religion sage ich mal einfach oder das ja das heißt aber letztlich haben sie es richtig gesagt man kann das auf macht konzentrieren und macht menschen in diesem sinne die kriege in kauf nehmen dass die psychopathen das sind menschenverachtende psychopathen die die sich überhaupt keine gedanken darum machen dass andere menschen auch noch leben sollen um möglicherweise gut leben sollen und es war der herr professor obert sagte jetzt wahrscheinlich nichts das war der vater der raumfahrt ein deutscher professor der den dreißiger zwanziger dreißiger jahren die voraussetzungen mathematisch und so weiter geschaffen hat dass man überhaupt diese ganzen sachen rechnen kann mit der raumfahrt und so weiter und der hat schon um 1930 herum einen satz geprägt der sagt zwei menschen mit gleichen fähigkeiten die eigentlich dasselbe machen könnten dann wird der eine der skrupelloser ist der wird gewinnen der wird den posten bekommen eben weil er zu skrupelloser ist und dinge macht die ein anständiger menschen nicht tun würde und die konsequenz aus dieser überlegung ist dass sich auf diese weise sämtliche führungsebene mit schurken anreichern werden das kann wahrscheinlich auch nur gebrochen werden durch einen radikalen schnitt in der geschichte durch krieg sonst was oder krisen aber tatsächlich ist es eben so dass wir jetzt in der ganzen welt in der ganz westlichen welt sag ich mal diesen zustand erreicht haben dass wir in den führungsschichten egal ob in der industrie oder in der regierung vor allem diese leute diese schurken sitzen haben und die die machen uns kaputt na dann hoffen wir mal dass mit einem mit einem wandel oder mit dem zuspitzung der krise sich da auch was ändert und das ich meine also ich würde ja sagen das system hat sie ja hervorgebracht das heißt wenn es zu einem besseren system kommt dann müsste das ja dann auch andere menschen andere führer oder wie auch immer hervorbringen das wäre dann meine große hoffnung ich kann das nicht beurteilen mir ist nur daran gelegen auszubilden und zu helfen und alles weitere wird sich dann zeigen aber herr heisenko ich denke das war wieder ein super spannendes gespräch und ich freue mich schon auf unser nächstes interview über die humane marktwirtschaft denn da werden wir dann ausgiebigst über das geldsystem sprechen und ich kann ihnen liebe zuschauer schon versprechen wenn sie erfahren wie unser jetziges geldsystem ist und warum es nicht funktionieren kann sie werden erschrocken sein aber ich glaube es ist wirklich wichtig man muss es verstehen damit man dann auch bereit für eine veränderung ist die wirklich aus meiner sicht liest sich das super toll sehr sehr positiv für uns alle sein könnte herr heisenko vielen vielen dank für das tolle gespräch und ja ich denke bis nächste woche ja schauen wir mal wer mal hinkriegen super